Ich habe mich gefragt, was zu Leodora Johnson passiert? Und wenn sie die Chance haben, sie zu sprechen oder sie selbst zu töten? Ich werde später einen Mann sprechen. Du solltest dich selbst schrecklich machen. Atomic Luftschiff. Rufe den Luftschiffverleiher auf deinem Handy an, um das Luftschiff an dem nächstgelegenen Überragung zu lassen. Du kannst jetzt auf das Iterationsmenü zugreifen, indem du gedruckt hältst. In diesem Menü kannst du zu Markierungen für schnelles GPS setzen, Bekleidungsaccessoires auswählen oder die letzten Missionziele. Ach du meine Güte. War schon immer so viel Text in GTA 5. Lass ich mal ein Bier trinken, das wäre nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal raus. Dein Bonusgeld für den Story-Modus und Quenzen für der Auto Online wurde hinzugefügt. Drücker Abziehen und rrrr. Was ist da drin? Der Markt, mein Junge. Liquidität ist eine B***h. Geh hier, damit ich dir die neue Repo-Liste geben kann. Alles klar, Junge. Ich werde hier, wenn ich eine Chance bekomme. Warum habe ich gerade 500.000 bekommen? Verrückte, ein Kontakt bei SP gibt dich zu dem Kontakt, um eine Mission bei Simien zu bekommen. Also ich weiß, ich habe mir damals vorgestellt, da gab es in-game Geld. Also, ich habe vorgestellt, da bekam einer 1,5 Millionen GTA-Dollar. Warum habe ich jetzt gerade 500.000 bekommen? Ich habe das doch schon mal angefangen. Äh... Nächster ist richtig. Falls das Self-Radio bei euch zu leise ist, wenn ihr wünscht, ja, ein bisschen lauter könnte sein, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann mache ich es lauter. Hier sind mittlerweile so viele Texte, ich lese sie nicht mehr vor. Ihr könnt ja anhalten und selber lesen. Es gibt gerade ein bisschen zu viel. Ja, ist jetzt egal. Mann, Mann, Mann. Servicing. Interessant, wie die da parken. Und da macht das auch so. Was ist hier eigentlich? Ah, guck mal. Ja. Jetzt renn doch mal an die, hallo. Ei, 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 ei. Was ist hier, Simeon? Mein liebster Mann, sehr gut zu sehen. Sehr gut. Halt mich. Ja, schau, Mann. Schau, wir haben jetzt ein paar Monate gearbeitet, oder? Mitarbeiter von Monats. Das ist, warum... ... ich bin sehr honnert, dass Sie zu Ihnen... ... dass Sie... ... die Arbeit des Monats sind. Hä? Mitarbeiter von Monats. Herzlichen Glückwunsch. Es war nicht einfach, einen Winner zu wählen. Ja, ich? Lamar? Dein Junge, Sacha mit der Twitch? Schau, Mann. Es war ein echtes Ehre, Mann. Aber ich muss in meinem Leben weitergehen. Es scheint, wie alles, was ich mache, ist, dass die Leute mir sagen, was ich mache, und ich mache es und nichts ändert. Ich sage dir was, mein Junge. Du erzählst mir genau, was du willst. Und ich werde dir sehr vorsichtig erklären, warum es nicht möglich ist. Was? Heute ist es repossessing Fahrzeuge, die Fools haben zu verabschieden, bei exorbitanten Interessen. Aber morgen... ... zusammen! Ich habe noch nie einen Black Sonn gehabt. Aber wenn ich so, ich möchte ihn wie du. Knack! 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 Niggas! Zum Run! Zum Run! Du bist so, Junge! Das ist hier ... ... und jetzt hier ist es so, Mann. Das, was du schon? Du bist nicht mit mir, oder? Mann, wir beide wurden verabschiedet, Mann. Mann, mach es aus, Mann. Für wirklich? Nach allen meiner Maintenantmenigende Arbeit, Mann, Man, mach dieses Artholome um- -mach-mit-er-mach-ist-e, Mann. Ich bin hier, ich versichere, zu kuppen, Was? Was du denn mach das Artholome um- -mach-mit-er-mach-mit-er-mach-mit? Wenn es so shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough. I did not inquired when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Hey, fuck you, and come on. Use about a yes, man. Ah, Lama und Simeon, die zwei schlimmsten Charaktere. What are we waiting for? Magellan Ave, nigga? Vespucci Beach. And you still roll with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hair stylist type bitch. But now it's all starting to make sense. How about you drive? Motor läuft noch. Wie oft ist es schon als Inward gefallen? Mein Gott. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S- I love you. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. Yeah, yeah, yeah. There's a reason Simeon Pays a couple of mean-looking motherfuckers will come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 Gs? With a 3 G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Look, we go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, grass-crazy, gritty shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd see me as a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. Good. We're going to die nächste grijpen. You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fools. But now, thank you. Oh my God, he's got to talk to you. The bike should be in one of the lockups down here. Should be as the story of your life, asshole. Follow me. No. Watch me, fool. Okay, it's um zu klettern. Hold up. Um geht dafür, wenn du Ego-Kastig bist du spielst, schalte dir die Kamera mit. Sehr schön. Bleh. Super. Ich spiel's mal lieber so, wenn der Third Person der Ego geht überhaupt nicht. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We're on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, a block makes a difference. Hey, hey, hey. Hold up. You got to be in one of these motherfuckers. Ja, natürlich sucht die Garage. Na, fangen wir mal mit denen hier an. Mach das automatisch. Äh, mach das automatisch. Komm, Mann, let's get it, before these fools get back. It's got to be this other one. If that wasn't it. Auch schön, wie der ganze Milch rumliegt. Tor 2, es gibt Couches zu gewinnen. Geil. Gut, man hätte auch gleich drauf kommen können, dass es hier ist. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh, oh. My move. Fucker. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga. Grab that heat. Get out of the fucking ground. Test our luck, homie. It's like a fucking... Shit, on your left. Find your bitch ass for cover. Somebody's in. Help me. Homie, get out. Motherfuckers got us closed in here. Get in behind that truck, homie. Get him. Shit at me. I'm gonna reload. Motherfuckers on the scaffolders, homie. Shoot up that cat. What's that little dog? Oh, homie. Grab the shotgun. Oh, shit. Follow me. Let's get through this. Damn, man. Just when I thought this shit was clearing up. You make friends wherever your ass go, nigga. Up there, to the right. Da oben. Up there, shoot that nigga. Buss his ass. LSD, really catch, bitch. Good looking, homie. Good looking, homie. Good looking, homie. Look out, they runnin' on you. Give it to you. Yeah, fuck this. Get that car, they're trying to get out of here. How many they got? Shoot the gas, homie. Oh, 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 for the... Don't fuck with this, pyromaniac, motherfucker. Fucker. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fucker away from this shit. Man, we only came in for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga. Come on, get out of your pink slip. Let's get it. Man, this is fucking crazy. Come, 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 come. Oh, lama, alter, ohne witz. Oh, man. You crazy motherfucker, why do we have to pop all of them people? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot me. Moment. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. take the bike and meet me at the car wash round the way doch das liegt schneide weil wir sind wir erreichen der höchstgeschwindigkeit aber er hat auch ein helm okay ich bin gewohnt dass die charaktere schon irgendwelche helme haben aber das ist mit dem da hinten mein gott ich konnte gar nicht lesen was da stand aber das war ein guter sprung das war ein glücklicher guter sprung heute auf wenn es geht aber bitte rechts abbiegen danke einmal zur waschanlage bitte oder den handling wie sonst was sie warum ist der schon da ich bin noch viel schneller gewesen das war ein glücklicher das war ein glücklicher kopfschutz von 6 trefft genauer kommen sorry charaktere werden im laufe der gtf story für den modus des roxer editors freigeschaltet okay du kannst überall ist ja okay wir fahren erstmal nach hause weil wegen gesundheit und so und dann können wir auch fremden und freaks machen moment okay moment hier war das doch das ist der trolle da diese irre tante seine tante Wow, was sind wir Ruyanna jetzt von uns? Wie gibt die zum Abschellwagen? Oh, gut. Ja, in der Garage, mein Gott. So, da freil ich auf die Tür. Ja. Ja, dann wollen wir mal Fahrtäuge abschleppen. Während die Polizei irgendwie man verfolgt. Oh, nein, nicht gut, ich glaube. Oh, nein. 10-9. Ja. 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 Ja, dahinter, jawoll. Ja. 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 Ja hin Liam. Vomainen? Ah. Jo. Sie haben Post. Lama, du hast eine neue SMS empfangen. Öffnet das Handy mit hoch, um sie zu lesen. Neue SMS und E-Mails erscheinen auch im Feed. Eine SMS von Lama. Stretch, kommt raus, alter. Street. Stritch. Keine Ahnung, sprich, sorry. Er hat seine Zeit abgesessen, wir melden uns, Mann. Ok. Reichen anrufen? Ruf mich nochmal an. Was will er denn? Er ist ein langer Dödel, ernsthaft. Oh mein Gott. Kaum gefahren sich zu similieren, was er jetzt hat. Ah. Gut, hier wird geschossen, warum auch nicht? Komm, wir gehen mal von vorne rein. Ich hätte einfach lang fahren können, ich schlau mal ja, okay. Dann machen wir's halt so. Premium Deluxe Motorsport. Was? Du bist ein Rassist. Du möchtest mich nicht, weil du denkst, dass ich ein Arab bin. Was? Nein, was du sprichst? Was ist das? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das Haus ist, ähm, ähm, äh, Hamstead, äh, off Eclipse. Es ist ein SUV, ja? Einem Rockford-Hills-Daddy-is-Boy-Nonsense. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Es ist so gut, dass dich zu sehen, mein Junge. Hey, gute Glück in, äh, Law School, ja? So, Mr. Kenneth, waren wir, äh, Finanzen? Begib dich zum Haus. Hätte ich mal nach vorne geparkt. Scheiße. Ach ja. So, noch mal rein in die Gutsstube. Keiner, auch wenn immer das Radio zu ändern. Ich mach ja nicht umsonst immer Self-Radio an. Damit ich keine Probleme bekomme. Ich hasse es mit auf einmal so leckt. Aber das wird natürlich leider die ganze Zeit, äh, bei beiden bleiben. Ne, keine Ahnung. Wie sagt man? Also es bleibt das ganze Legplay über. Da geht ja, ah, normal, also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie seid Rockstar für GTA Online. Sehr viele Inhalte rausgebracht hat. Leckt das Spiel hier und da mal. Gänzlich. Ach, sie will. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. The insurance papers say they have a locked garage. So you'll need to gain access from inside the house. Man is never easy with you. Easy Simi. Do not talk to me about easy, you thief. Geh doch mal weg da, mein Gott. Hm. Ich werde versagen, wir fahren hier, ne. Find deinen Weg ins Haus. Ja. Boah. Du. Ich werde versagen. Hier rüber. Du. Du. Schleich Modus. Du gehst. Schalte den Gegner aus. Im Schleich Modus beunserst du bei Bewegung weniger Geräusche. Wenn du den Schleichmodus einsetzt und dir immer lautlos ausschaltet, ist verbessert das deine Schleichenwert, der dir schnellere und leisere Bewegung ermöglicht. Man kennt ja das Haus. Man sollte vielleicht nicht innen rumrennen. Obwohl, kommen wir da irgendwie so rein? Ne, ne? Geht es? Natürlich nicht. Es ist zu. Zurück x um mal über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu erreichen. Ah ja. Ja komm, geh hoch da. Da vorne sieht man so rechts, dass da Glas ist. Und die Charaktere, ob da drinnen würden uns nicht sehen. Deswegen gehen wir hier über das Fenster. Und noch wenn es geht? Vermeide es nicht gewohnt, das zu alarmieren. Hol das Auto zurück. Blaue Geräusche auf dem Radarteil, wie laut du bist. Als wenn die das nicht merken, weil im Ernst. Nimm das Auto zum Autohaus. Gerne doch. Radius aus, das Blut bleibt aus. Moment. Und natürlich ist das die Karre, die der junge Freund gekauft hat. Nicht wirklich, Michael. Das ist eine 9mm semi-automatische, die gegen deine Skull gestorben hat. Na, schau mal. Du kannst nur weiter fahren, wo du gehst. Komm mal, Mann. Das war ein Repo-Job. Der Mann war hinter ihm. Unglaublich. Beide, dass mein Sonn nur das Auto bekommen hat. Und schau mal, wie du hier gehtst. Meine Meinung ist, du arbeitest eine Kreditfraut. Kreditfraut? Be ernsthaft, Mann. Stimme in die Karte, wie ich zette. Na, hier kommt. Okay. Stopp' die Karte. Pull up. Hm. Das ist der Ort? Ja, das ist der Ort, Mann. Oh. Okay, das ist ein Blätter von anderen. Da kommen wir. Und schnell. Oder ich schaue zwei Runde in die Karte. Und mache es mir selbst. Mann, du kannst nicht wirklich sein. Ich sehe dir wie eine schade. Mann. Fuck, mein Leben, Mann. Fuck. Drücke mir, um die Kamera auf das Fenster zu fokussieren. Ja. Ja. Und rein in die Stube. Oh, shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel. It's not exactly how it looks. Oh, Trump big for a job, well done. Get out of here, kid. You mother fucker. I won't be treated like this. Ah, komm. Parking car. Oh, los. Erledige Simeon. Oh. Ah. 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 Es ist so, wie es dir 5 Gramm wert ist. Du verdammt Rassist! Ich sage dir was. Das ist ein bisschen sehr, das ist ein bisschen sehr, aber wenn es 5 Gramm wert ist. Sie verstanden, dass ich den Sportverbesserung habe. Ja, sie verstanden, dass sie einen Punk in meinem Haus verbrechen? Ich weiß nicht! Mit einem höheren Stärkewert versuchst du nicht nur mehr Schaden bei Nachkaufangriffen, du kannst dadurch auch schneller hochklettern und mehr Schaden wegstecken und erreichst bessere sportliche Leistungen. Ich komme zurück. Das ist mein GTA Online Charakter. Das ist Michael. Das ist Franklin. Die Zahl der Wechseloptionen für jeden Charakter zeigt an, wie viele Missionen für diesen Charakter verfügbar sind. Ich kann mal sagen, wir bleiben bei Michael. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.